...an der Kette, die haben dann auf der Hinterakte das Material noch etwas länger am Leben. Macht nix, die Show ist trotzdem geil. Also Applaus für unsere Trifte nochmal am Nürnbergring. Ja, jetzt war wieder der Kurs wieder in die Augen. Hier ist schon LKW, beziehungsweise das Lieferfahrzeug des Seriensponsors der DTM. Und jetzt, ihr Ehemann Michael Sammelberg. Jetzt saubt englisch, was ganz freines V8-Kompressor. Ralf Spaniel. Und Peter Grimm. Der Autohiro Truck fährt und dann geht er in die Mercedes Arena. Jawohl! Ja, ihr habt es nicht verstanden. Klatschen, Party-Mann auf der Tribüne. Dafür sind wir da. Ich frage mal kurz, gefällt es euch? Ja, für euch hier noch so ein bisschen mittel. Unten geht die Party dementsprechend leider etwas besser ab. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt ja hier...